Hallo, ich bin in Lübeck unterwegs auf Schwimmenfang und habe hier Herrn Kant getroffen. Und meine Frage an Sie, Herr Kant, was erwarten Sie von der Politik? Also, dass wir mindestens bei 45 Jahren fester Arbeit volle Rente erfangen können. Einen vollen Rentenausgleich. Das wäre gerecht. Nicht 50 Jahre. Wie lange arbeiten Sie schon und wo arbeiten Sie, wenn ich frage das? Bei der Entsorgungsbetriebe Lübeck. 49 Jahre insgesamt arbeite ich jetzt. Entschuldigung, 44 Jahre arbeite ich jetzt. Das ist ja auch schon eine lange Zeit. Ja, aber man muss 49 Jahre arbeiten bei vollem Rentenausgleich. Und das ist zu lange. Ja, wir setzen uns oder haben uns dafür eingesetzt, dass nach 45 Jahren Abschlagspreise in Rente gehen können. Das wäre richtig und da werde ich mich auch darum kümmern, warum das bei Ihnen jetzt nicht zutrifft. Aber vielleicht kriegen wir das hin. Weil ich finde, wann haben Sie angefangen mit der Ausbildung? 1973. Ja, lange Zeit und immer in Arbeit gewesen, ne? Immer. Nicht ein Tag aber so. Ja. Mensch, Sie sind ja dann die Helden der Arbeit sozusagen. Und da muss man auch dann auch eine gerechte Rente bekommen und auch, wie soll ich mal sagen, auch guten Gewissens in Ruhestand gehen können. Das haben Sie sich doch verdient, finde ich. Ja, da bin ich nicht der Einzige. Es sind sehr viele, die Jahre in 58 und vorher 56, 57, 58, die haben das alle verdient. Ja, da brauche ich dann an Arbeit. Ja, das stimmt. Also ich nehme das gerne mit und kümmere mich drum und wünsche Ihnen erstmal weiterhin alles Gute. Dankeschön. Ja, tschüss. Danke, tschüss. Tschüss.